Ein SUV-Liebhaber hat sicherlich Interesse an diesem Lexus. Ein Benzinmotor und eine Automatik sorgen dafür, dass Sie mit diesem SUV gut vorankommen. Sie sind komfortabel unterwegs, dank einer Geschwindigkeitsregelanlage, Luftfederung, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Ebenfalls ist dieser Lexus mit einem Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen ausgestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017